In diesem Video meines Crashkurses möchte ich zeigen, wie der plastische Reader in Teams und anderen Office-Programmen funktioniert. Immer mehr Schülerinnen und Schüler haben Probleme mit dem Lesen. Bei manchen geht es sogar so weit, dass Buchstaben während des Lesens die Position wechseln. Das macht ein flüssiges und vor allem auch ein sinnerfassendes Lesen schwierig bis unmöglich. Der plastische Reader in Office 365 versucht, diesen Kindern zu helfen. Durch größere Wortabstände, Silbentrennung oder den Zeilenfokus soll das Lesen leichter gemacht werden. Der plastische Reader kann aber noch mehr. Er kann ganze Texte oder auch nur einzelne Wörter übersetzen und so Kindern mit anderer Muttersprache helfen, Texte zu verstehen. Nun würde ich sagen, schauen wir uns einmal an, wo der plastische Reader in Teams zu finden ist. Wir befinden uns hier gerade im Kanal Längenmaße eines meiner Teams. Hier siehst du nun eine Ankündigung über eine Aufgabe zum Thema Längenmaße. Möchte ich nun diese Ankündigung vom plastischen Reader darstellen lassen, gehe ich dazu in das Drei-Punkte-Menü. Das Menü erscheint, wenn ich mit der Maus über diese Ankündigung fahre. Ich klicke also auf die drei Punkte und dann Plastischer Reader. Nun öffnet sich die Ansicht des plastischen Readers. Die Tipps kann ich überspringen und ich sehe nun, dass alles Unnötige ausgeblendet wurde und nur mehr der Text dieser Ankündigung dargestellt wird. Am unteren Rand dieses Bildschirms siehst du nun die Steuerung für die Vorlesefunktion. Mit dem Play-Button kannst du nun das Vorlesen starten. Daneben findest du die Stimmeinstellungen. Hier kannst du die Sprechgeschwindigkeit schneller oder auch langsamer einstellen oder auch zwischen einer männlichen und einer weiblichen Vorlesestimme wählen. Ich lasse die Sprechgeschwindigkeit nun auf 1, lasse auch die weibliche Stimme vorausgewählt und höre mir nun an, wie der plastische Reader diesen Text vorliest. Dazu wähle ich als erstes das Wort aus, bei dem der plastische Reader zu lesen beginnen soll. In meinem Fall hier bei der Anrede, liebe Klasse. Liebe Klasse, in diesem Lernabschnitt geht es um das Thema Längenmaße. Ich habe ein Video und die dazugehörigen Begleitaufgaben im Reiter Aufgaben bereitgestellt. Wenn du Fragen hast, nimm bitte an der morgigen Besprechung teil. Dort werden wir noch einmal die Maßumwandlungen gemeinsam besprechen. Sollten beim Üben Unklarheiten auftauchen, kannst du mich gerne im Chat kontaktieren. Klicke ich nun auf ein Wort, werden manche Wörter auch mit Hilfe eines Bildwörterbuches dargestellt. In diesem Fall das Wort Liebe. Das würde auch funktionieren mit dem Begriff Fragen. Besprechung in diesem Fall hat kein Bild hinterlegt. Video würde wieder funktionieren. Über die Texteinstellungen kann ich nun die Schriftgröße vergrößern und verkleinern. Ich kann den Abstand zwischen den Buchstaben und den Wörtern vergrößern und verkleinern. Auch der Zeilenabstand ändert sich hier. Ich kann eine andere Schriftart wählen oder auch eine andere Farbstellung, da manche Kontraste auch einfacher zu lesen sind. Der nächste Punkt wären die Grammatikoptionen. Hier könnte ich beispielsweise noch eine Silbentrennung einstellen und so die Wörter in Silben teilen lassen. Der letzte Punkt wären noch die Leseeinstellungen. Hier kann ich beispielsweise einen Zeilenfokus aktivieren und so Schritt für Schritt und Zeile für Zeile durch den Text springen und mich so wirklich auf diese Zeile beim Lesen fokussieren. Ich kann das auch erweitern auf drei Zeilen oder auch auf fünf Zeilen. Nun schalte ich den Zeilenfokus wieder aus. Hier gibt es noch die Möglichkeit das Bildwörterbuch zu aktivieren oder zu deaktivieren und als letztes noch die Übersetzungsfunktion. Bin ich des Deutschen nicht mächtig, kann ich hier bei der Übersetzenfunktion eine andere Sprache auswählen. Ich nehme zum Beispiel jetzt Englisch und kann dann entweder wortweise übersetzen, indem ich jetzt auf das Wort klicke, wird hier das Wort übersetzt oder ich kann auch das ganze Dokument übersetzen lassen und so wird das ganze Dokument in eine andere Sprache übersetzt. Wie du sehen kannst, sind bereits viele Sprachen im plastischen Reader verfügbar. Allerdings können nicht alle Sprachen vorgelesen werden. Jetzt möchte ich dir noch gerne zeigen, wo der plastische Reader in Teams noch zu finden ist. Wechseln wir beispielsweise in die Aufgaben. Hier nehme ich noch die bereits erledigte Aufgabe, Begleitaufgabe Längenmaße. Du siehst hier wieder das Symbol für den plastischen Reader und mit einem Klick auf dieses Symbol wird nun diese Aufgabenseite wieder im plastischen Reader geöffnet und man kann wieder alle Funktionen des plastischen Readers nutzen. Auch das Feedback, das vom Lehrer zurückgegeben wurde, wird hier nun dargestellt. In einer anderen Aufgabe ist beispielsweise ein Formular angehängt, eine Quizaufgabe. In diesem Formular kannst du dir nun auch die einzelnen Textelemente wieder vorlesen lassen, beispielsweise hier die Überschrift und den Arbeitsauftrag oder auch hier einzelne Übungsanleitungen. Mit einem Klick auf das Symbol öffnet sich wieder der plastische Reader. Solltest du mit deinen Schülerinnen und Schülern auch Flipgrid-Videos produzieren, bietet auch Flipgrid die Möglichkeit des plastischen Readers. Du siehst hier direkt in mein Klassenteam eingebunden ein Topic. Und hier bei der Beschreibung des Topics, also beim Arbeitsauftrag, gibt es wieder das Symbol für den plastischen Reader, hier in Englisch Immersive Reader und mit einem Klick darauf wird nun auch diese Anweisung wieder im plastischen Reader geöffnet. Zu guter Letzt möchte ich dir nun auch noch zeigen, dass du auch Chatnachrichten übersetzen lassen kannst. Hier befinde ich mich nun in einem privaten Chat und wenn ich bei dieser Chatnachricht wieder auf das Drei-Punkte-Menü gehe, habe ich auch wieder die Auswahl für den plastischen Reader und ich kann auch diesen Text vorlesen lassen. Der plastische Reader ist nicht nur in Teams verfügbar, sondern auch beispielsweise in der Online-Version von Microsoft Word. Hier siehst du ein geöffnetes Word-Dokument. Gehe ich auf den Menüpunkt Ansicht, erhalte ich dort wieder den Punkt Plastischer Reader. Ein Klick darauf öffnet wieder die Ansicht des plastischen Readers, die du ja nun bereits schon kennst. Der plastische Reader in Word eröffnet viele Möglichkeiten. So ist es möglich, einen Text von einem Arbeitsblatt oder von einer Webseite zu kopieren, das in Word einzufügen und somit auch diesen Text mit dem plastischen Reader entweder vorlesen zu lassen oder auch den Text für bessere Lesbarkeit zu formatieren. Nicht immer sind alle Arbeitsaufträge digital. Manchmal bekommst du auch, so wie in diesem Fall, Arbeitsblätter. Aber wie kann man nun den plastischen Reader mit einem analogen Arbeitsblatt nutzen? Dazu brauchst du die App Office Lens, die du auf deinem Smartphone installieren kannst. Mit dieser App kannst du das Dokument scannen und der plastische Reader kann dir nun auch die Arbeitsaufträge auf dem Arbeitsblatt vorlesen. Damit du diese Funktion auf deinem Smartphone auch nutzen kannst, musst du allerdings mit deinem Office-Konto der Schule in der App angemeldet sein. Du startest also auf deinem Smartphone die App Office Lens. Dann wählst du im unteren Bereich Dokument aus. Wie du hier im Bild siehst, erkennt Office Lens automatisch den Rand des Arbeitsblattes und scannt nun dieses Arbeitsblatt. Nachdem das Arbeitsblatt nun gescannt wurde, hast du links die Möglichkeit, noch ein nächstes Arbeitsblatt zu scannen. In diesem Fall habe ich allerdings nur ein Arbeitsblatt und ich klicke rechts unten auf Fertig. Nun habe ich die Wahl, wohin ich dieses Arbeitsblatt exportieren möchte. In diesem Fall würde ich es gern mit dem plastischen Reader vorlesen lassen. Ich klicke also am unteren Rand hier auf plastische Reader. Nun hast du das Dokument im plastischen Reader und du hast wieder alle Möglichkeiten, die ich dir schon zuerst in diesem Video erklärt habe, direkt auf deinem Smartphone zur Verfügung. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video die Möglichkeiten des plastischen Readers näher bringen. Vielleicht kannst du ja mit diesem tollen Tool dem ein oder anderen Schüler aus deiner Klasse helfen.